Wir fahren schon mal. Okay. Okay. Komm ich stelle mich auch mal lieber in den Kampus an. Hast du jetzt angefangen? Ja. Komm lieber drauf. Ja. Was ist immer weg? Ja, langweilig. Ich hab Hunger. Ich muss mal. Ja, 20 Minuten fahren wir noch, oder? Nein, so lange. So lange? Ja. Dann sind eigentlich Ferien. Keine Ahnung. 2, 3 Wochen oder so? Ich meine, der war 22. Juli, oder? Ja. Ja. Wann ich raus? Ich weiß nicht. Nee, sieh bis auf. Nächste noch. Übernächste. Du bist halt warm, ey. Ja. Jetzt weißt du schon. Jetzt müssen wir ausschneiden, oder? Nein. Nein. Ich tue mir das da auf. Ja, ich weiß. Es wird immer wärmer hier drin. Willkommen. Kamerade. Ja, was haben wir jetzt mal? 20 Minuten circa. Ehrlich? Ja. Ja. Kannst du mal im Internet gucken, wo wir aussteigen müssten jetzt genau? Ja, warte. Ja, wo weißt du was nicht genau? Ich bin ja noch wieder satten. Wo müssen wir denn nochmal aussteigen? Äh, ich glaube Engelsburger Straßen. Ja. Ja, warte. Ja. Warte. Ja. 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 20 Minuten. 20 Minuten. Boah. Jetzt waren wir schon eine halbe Stunde, 19 auf 20 Minuten. 20 Minuten. Ja. 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 Ich habe einen Sitzplatz. Ja. Lass mal tauschen. Nee. Ich will mich auch mal setzen. Ja. Ja, es kommt der Tausch. Ja. Okay. Okay. Danke. Nee, mir ist so warm, ne? Oh, ja. Ich kann ja steckig hier drinne. Ich hab auch gar keine Lust mehr. Ich hab ja auch noch nicht. Aber gleich hier mit mir wenigstens von einem Fischkar fahren. Ja. Ja. Ich hab schon voll Bock. Ja, ich auch. Ich hab keinen Bock auf, wie du hinfährst. Dann müssen wir aber gleich noch mit dem Bus fahren. Ja. Und dann noch laufen. Aber wir fahren mit. Aber ey, warst du noch voll von euch auf die Strecke da? Ja, ja. Ist die so ruckelig, oder? Nein, die ist ganz okay. Macht auf jeden Fall Spaß, da zu fahren. Ja, ist auf jeden Fall korrekt. Ja. Ja. Okay. Die Rucke sind gleich da. Ja. Ja. Entschuldigung. Wir fahren ja jetzt schon lange genug, ne? Auf jeden Fall. Ist das jetzt noch? Ich glaub, ich muss jetzt die nächste raus. Ja, ich glaub auch. Guck mal nach. Ah, falsche Haltestelle. Noch eine. Okay. Geil. Ah, gut. Oh. 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 Das ist kein schönes Geräusch. Ah, ich glaub, das ist jetzt die erste Stelle. Ja. Ah. Ja, das ist schön. Oh. hoch. Ahck. Oh. Ah, ja. Ah. Ah, ah. 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 Oh. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020